In den letzten Wochen haben mich immer mehr Nachrichten auf Instagram oder LinkedIn erreicht, wo Leute mir ihr Profil geschickt haben und mich fragen, hey David, was wäre denn ein sinnvolles Praktikum in meiner Situation für den kommenden Sommer? Beispielsweise, ich bin gerade im dritten, vierten Semester, ich will jetzt endlich mal ein richtig gutes Praktikum im Sommer bekommen, was könnte ich denn da für ein Praktikum erreichen? Oder ich bin im Gap hier oder ich bin im zweiten Semester. Ja, je nachdem, wo du gerade stehst, hast du natürlich ein unterschiedliches Ziel für das Praktikum im Sommer, aber viele von euch werden im Sommer ein Praktikum machen wollen. Und ich bin da immer offen, möchte da immer so gut wie möglich helfen, aber ich dachte mir, okay, nachdem mich da so viele Leute echt die ganze Zeit fragen, mache ich doch einfach mal ein Video dazu. Falls du eine persönliche Einschätzung haben möchtest, was bei dir am meisten Sinn macht, schick mir gerne eine kurze Instagram-Nachricht oder eine kurze LinkedIn-Nachricht mit deinem Profil. Auf LinkedIn sehe ich ja, ob wissle dein Profil, da musst du mir wahrscheinlich nur die Noten schicken und dein Berufsziel und vielleicht eine kleine Auswahl von Firmen, wo du dich jetzt tendenziell bewerben würdest oder wo du vielleicht schon Offer hast, damit ich dir da Feedback geben kann, ob das Sinn macht oder nicht. Also, wie möchte ich dieses Video strukturieren? Ich möchte vielleicht mal am Anfang anfangen. Wir gehen chronologisch durch, fangen an beim Abitur und dann sage ich immer so ein, zwei Sätze, was denn beispielsweise sehr sinnvolle Praktika wären für den kommenden Sommer in der jeweiligen Ausgangssituation. Also, fangen wir mal an. Du hast jetzt dein Abitur gemacht und es war ein ordentliches Abi oder du machst gerade ein Abi, wirst zum Herbst anfangen mit einem Studium, beispielsweise an der Uni St. Gallen, an der Uni Mannheim, an der Goethe-Uni, an der WAU etc. und planst jetzt ein Praktikum vor Studienbeginn zu machen. Wenn du ein ordentliches Abi hattest, vielleicht auch ein bisschen ehrenamtliches Engagement gesammelt hast zur Schulzeit und vielleicht auch schon ein, zwei relevante Schülerpraktika gemacht hast oder, was heißt relevant, aber vielleicht mal bei der Deutschen Bank für eine Woche im Firmenkundengeschäft was gemacht hast, etc. dann ist ein sinnvolles Praktikum, was du anpeilen solltest, wenn du vor hast, in die Unternehmensberatung später zu gehen, beispielsweise ein Praktikum bei einer kleinen Unternehmensberatung. Sagen wir mal mit 10, 15, 20 Mitarbeitenden bei dir in der Umgebung, in der nächstgrößeren Stadt etc. Das ist etwas, was schon etliche Leute bei uns aus dem Elite-Coaching beispielsweise erfolgreich geschafft haben, vor dem Studium sowas zu bekommen. Alternativ macht es beispielsweise auch Sinn, bei einem Start-up ein Praktikum zu machen oder bei einem Konzern. Wohingegen, wenn du dich für den Bereich Investmentbanking interessierst, macht es sehr viel Sinn, beispielsweise bei einer Wirtschaftsprüfungsgesellschaft, in einer Wirtschaftsprüfung ein Praktikum zu machen. Es macht Sinn, sich auf M&A-Praktika zu bewerben, bei kleinen M&A-Boutiquen. Auch dazu haben wir einige Beispiele von Teilnehmerinnen und Teilnehmern aus dem Elite-Coaching, die bereits vor dem Studium ein erstes M&A-Praktikum bekommen haben. Das ist dann natürlich in der Regel nicht bei großen Investmentbanken etc. Auch das ist möglich bei manchen Teilnehmerinnen und Teilnehmern durch Vitamin B, das heißt durch Beziehungen, dass dort die Eltern beispielsweise bei der Investmentbank arbeiten. Da kann man die Karte spielen, aber auch ohne, dass man diese Karte spielen kann, ist es möglich, ein M&A-Praktikum vor dem Studium zu bekommen. Da war jetzt zum Beispiel neulich auf meinem Kanal dieses Döner-Test-Video oder so, beispielsweise mit dem Josef. Der Josef hatte ein Dreier-Abi und hat es mit uns geschafft, nach nur zwei Monaten im Elite-Coaching schon vor dem Studium ein sehr relevantes M&A-Praktikum zu bekommen, bei einer M&A-Boutique mit, glaube ich, 20, 30 Mitarbeitern. Das heißt, das ist auf jeden Fall möglich, selbst wenn die Ausgangssituation vielleicht nicht so bombastisch ist. Ansonsten bieten die Big Four teilweise Schülerpraktiker an, teilweise auch normale Praktiker, wo man sich auch ohne Vitamin B, wenn man dann sehr gute Bewerbungsunterlagen abschickt etc., ein Praktikum sichern kann. Das heißt, da geht es ein bisschen los zur Schulzeit. So, wenn wir jetzt mal weiter gucken, was ist ein sinnvolles Praktikum nach dem zweiten Semester wiedergegeben, dass dein Profil bisher sehr gut ist, du an einer sehr guten Uni studierst, sehr gute Noten geschrieben hast etc., das Engagement stimmt, dann ist so der Mindestanspruch eigentlich, den man haben sollte, wenn es Richtung Investmentbank gehen sollte, soll bei dir sehr relevante M&A-Erfahrung, das heißt beispielsweise bei einer Big Four Wirtschaftsprüfungsgesellschaft, im Transaction-Services-Bereich ein Praktikum zu machen nach dem zweiten Semester oder bei einer relevanten M&A-Boutique, die wirklich gute Deals macht, wo die Partner wirklich 10, 20, 30 Jahre Berufserfahrung gesammelt haben, beispielsweise davor auch bei Bulge Bracket Investmentbanken gearbeitet haben und wo viele Leute beispielsweise, die halt nicht so viel Ahnung haben, beispielsweise erst nach dem vierten, fünften, sechsten Semester Praktika machen oder im GAP hier oder teilweise sogar im Master. Das sind dann so die Player, die du dir anschauen solltest für nach dem zweiten Semester Richtung Unternehmensberatung. Ist der Mindestanspruch dann schon eine Unternehmensberatung, die auch, sage ich mal, bekannt ist in ihrer jeweiligen Branche? Es muss noch nicht direkt eine Strategieberatung sein. Optimalerweise ist es schon eine Strategieberatung. Haben wir auch einige Teilnehmerinnen und Teilnehmer, denen das gelingt, beispielsweise mit dem Heinrich kam neulich mal eine Progress Story online, findest du auch hier oben eingeblendet. Der Heinrich würde jetzt nach seinem ersten Semester an der Goethe-Uni bei Capgemini in Wendt ein Praktikum direkt machen, eine Strategieberatung. Oder der Christian von der Uni Köln wird nach seinem ersten Semester bei Ebner Stolz Management Consultants ein Praktikum machen. Und das jeweils nach dem ersten Semester. Das heißt, nach dem zweiten Semester ist das genauso möglich. Man muss natürlich wissen, wie gehst du da ran, wie optimierst du dein Profil etc. Aber wenn man weiß, wie das geht, dann ist das schon so der Mindestanspruch. Genauso haben wir etliche Beispiele von Teilnehmerinnen und Teilnehmern, die eben die von mir gerade angesprochenen M&A-Praktika nach dem ersten oder zweiten Semester machen. Wenn du mal so eine Einschätzung vielleicht noch mit mehr Beispielen bekommen möchtest, was denn für dich alles möglich sein könnte, wenn du alles richtig machst, dann führ auch gerne mal unser Progress Story Quiz aus. Wir haben ja inzwischen, glaube ich, schon über 60, über 65 verschiedene Progress Stories. Das ist vielleicht ein bisschen verwirrend, weil dann nicht jede Progress Story auch zu dir passt. Nicht jede Progress Story mit einem Elite-Coaching-Member ist mit einem Member aufgenommen, der deine Ausgangssituation hat. Deshalb findest du unten in der Videobeschreibung verlinkt ein Quiz, wo du angeben kannst, was deine persönliche Ausgangssituation ist und auch deine Ziele etc. Und dann spuckt dir das System automatisch genau die Progress Stories aus, die am ehesten zu deiner Ausgangssituation passen. Das heißt, wenn du sagst, okay, ich habe ein schlechtes Profil aktuell, bin noch am Anfang von meiner Studie und möchte in die Unternehmensberatung, dann spuckt es dir genau die Progress Stories beispielsweise aus, die halt am ehesten zu dir passen, dass du mal siehst, was denn möglich ist. So, damit haben wir das zweite Semester abgehakt. Wenn du jetzt schon im dritten oder vierten Semester bist und jetzt für den Sommer ein Praktikum machen möchtest, dann ist für das Ziel Investment Banking. Das Optimum wäre eine Summer Analyst-Position bei einer großen Investmentbank. Beispielsweise der Michael bei uns aus dem Coaching hat es geschafft. Er würde jetzt im Sommer bei JP Morgan in London ein Summer Analyst-Programm machen. Das ist eine sehr relevante Möglichkeit. Das ist wirklich schon sehr, sehr ideal. Alternativ ist es auch sehr sinnvoll, bei einer wirklich relevanten M&A-Boutique ein Praktikum zu machen, bei einer wirklich relevanten Investmentbank mit großen Deals, mit vielen Mitarbeitern, die auch in verschiedenen Standorten, Offices haben etc., sodass du dich dann als nächsten Schritt, wenn die Noten stimmen etc., dann auch wirklich direkt bei den Walsh-Brackets bewerben kannst. Wir empfehlen es eher nicht, Private-Equity-Praktika zu machen, wenn noch nicht dieses Profil da ist. Denn am meisten macht es eigentlich immer Sinn, wenn man die Private-Equity-Praktika macht, wenn man wirklich auch schon relevante Namen im CV dann langsam aber sicher hat. Ansonsten, wenn es für dich Richtung Unternehmensberatung gehen soll, dann wird es halt schwierig, schon vor dem Auslandssemester das Top-Strategieberatungspraktikum zu machen, weil die eigentlich immer die Auslandserfahrung voraussetzen. Das heißt, dein Ziel sollte es da sein, spätestens nach dem vierten Semester dann so die Tier-3-Strategieberatung etc. in den CV zu bekommen, In-Haus-Beratung etc. Das sollte dann das erklärte Ziel sein oder relevante Stellen im Konzern. Und auch das ist auf jeden Fall möglich, haben wir ganz oft schon bewiesen, dass man das auf jeden Fall anpacken kann. Und letztes Beispiel ist dann quasi im Gap hier, wenn du fertig bist mit dem Bachelor, was ist da ein relevantes oder ordentliches Praktikum im Sommer? Da sollte dann auf jeden Fall das Ziel sein. Wenn du nach dem vierten Semester schon die Praktika gemacht hast, die ich vorhin besprochen habe, dann spätestens im Gap hier die Top-Praktika zu machen, damit du da dann auch die Offer mitnehmen kannst für deinen späteren Berufseinstieg. Falls dir das noch nicht gelungen sein sollte, nach dem vierten Semester die relevanten Praktika zu sammeln, die ich vorhin angesprochen habe, dann solltest du spätestens im Gap hier die Praktika machen, die ich vorhin angesprochen hatte für nach dem vierten Semester. Und wie gesagt, da ist jetzt wirklich nur so der, ich will jetzt nicht sagen der Mindestanspruch, aber das ist wirklich das, was planbar ist, was systematisch geht, wenn man von Anfang an alles richtig macht oder wenn man zumindest zu einem gewissen Zeitpunkt im Studium sagt, okay, ich bin es jetzt leid, hier alleine irgendwelche Fehler zu machen, ich hole mir hier ordentliche Unterstützung und gehe das Ganze mal professionell an. Da haben wir zahlreiche Beispiele, wie gesagt, die lernst du alle in unserem Progress Story Quiz auch genauer kennen, die dir zeigen können, dass das möglich ist. Wir haben oft genug auch Beispiele gehabt von Leuten, die uns bewiesen haben, dass nochmals deutlich mehr möglich ist. Beispielsweise hier der Josef mit einem Dreier-Abi, ein M&A-Praktikum vor dem Studium. Ich habe eigentlich gesagt, es geht nur, wenn du ein sehr gutes Profil hast, wenn wirklich alles gepasst hat, aber es geht eben auch, wenn du vielleicht nicht das allerbeste Profil hattest, wenn du einfach beharrlich unser System exekutet hast, Bewerbung abgeschickt hast, dich auf die Interviews vorbereitet hast, etc. Und genau das Gleiche gilt auch für alle anderen Schritte. Es kann auch sein, dass es dir gelingt, beispielsweise nach dem vierten Semester das Balsch-Bracket-Praktikum zu bekommen, obwohl du nach dem zweiten Semester nie so etwas Tolles hattest, aber es ist halt eher unwahrscheinlich, von dem ja am besten, sobald du hier dieses Video anschaust, jetzt ist immer der beste Zeitpunkt, Gas zu geben, alles rauszuholen, entscheide dich am besten jetzt dazu, alles richtig zu machen und einfach dein Profil krass zu optimieren. Wie gesagt, wenn du da eine Einschätzung haben möchtest, was bei dir persönlich Sinn macht, schreib mir gerne Nachricht auf Instagram oder LinkedIn. Alternativ kannst du dich gerne auch direkt über unsere Webseite bewerben, auf eine persönliche Zusammenarbeit mit uns. Davor, bevor es in den Selite-Coaching geht, haben wir nämlich nochmal unsere kostenfreie Status-Q-Analyse. Da analysieren wir dein Profil mal sehr, sehr genau. Da nehmen wir uns wirklich anderthalb bis zwei Stunden Zeit, um uns dein Profil anzuschauen, deine Planung, dein Status-Quo, dass wir genauer verstehen, okay, wie gut ist dein Kennenstand in dem Bereich, wie gut ist dein Kennenstand in dem Bereich, wie gut ist dein Profil in dem Bereich, etc. Können dir darauf basieren, dann auch einen wirklichen Karriereplan ableiten, können dir genau sagen, hey, das und das wären alles Ziele, die für dich möglich wären, zu erreichen, wenn du mit uns zusammenarbeiten würdest und so würden wir auch da rangehen, dann kannst du dich dazu entscheiden, ob du wie die ganzen anderen Teilnehmerinnen und Teilnehmer, die schon mit uns zusammenarbeiten, auch mit uns zusammenarbeiten möchtest und wie gesagt, was da halt ganz sinnvoll ist, um dir einfach mal so ein Bild zu verschaffen, was denn alles möglich ist, wenn du einfach mal unser Quiz ausfüllst auf der Webseite. Genau, das war es mit dem Video. Ich freue mich wie immer über einen Daumen hoch und würde mich natürlich freuen, wenn wir auf dem einen oder anderen Weg auch länger zusammenarbeiten können. Bis dahin, viele Grüße, dein David.